Musik Yo Leute, willkommen zu einer neuen Aufnahme, eher gesagt der 25. PVP Runde, heute leider mit einem unerwünschten oder erwünschten Gast, der aber leider jetzt nicht da ist, wo ich ihn schon 100 Mal in Skype angeschrieben habe, sollte er mich eigentlich schon gesehen haben, ist aber immer noch offline, also ich kann ihn nicht anrufen und ja, ist richtig, richtig schade, dass ich jetzt nicht mit ihm spielen konnte, ich hoffe, ich kann jetzt mit ihm dann am Freitag, für Freitag eine Runde aufnehmen und ja, gleich im Anschluss gibt es noch ein zweites Live Game, kurz gezockt und war ganz winzig, das Live Game und jetzt im Hintergrund seht ihr auch gerade One in Chamber und ja, das wird heute eine kurze und knackige Runter, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe, länger aufzunehmen, weil die Runde ja heute noch online kommen muss und ja, richtig, richtig schade, dass ich leider nicht mehr mit ihm aufnehmen wollte, übrigens er ist Simon und nein, es ist nicht der ungespielt, aber vielleicht noch nicht die Runde so und ja, mal gucken, auf jeden Fall, ja hoffentlich, wenn er morgen online kommen sollte, drehe ich mit ihm auf jeden Fall morgen ein Video oder werde ich mit ihm eins produzieren und sie laden es dann entweder morgen oder am Freitag dann hoch und ja, da würde ich sagen, viel Spaß gleich beim Live Let's Play oder Live Talk mit Let's Play und auf jeden Fall, bis gleich und ciao! Hallöchen, meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Aufnahme, wie ihr seht, ich zocke hier gerade noch eine zweite Runde der vorigen, gerade aufgenommenen ersten PvP-Runde und das ist hier gerade ein Live Let's Play, den gerade und ja, da zocke ich auch gerade, ich glaube, ich hoffe, ich habe alles gesagt, was ich sagen sollte und ja, mach hier schön ein paar Kills boah, habt ihr gesehen, wie ich den abgetroffen hab zocke ich hab hier keine Feine mehr, aaaaaaah, nooo, focke ich hab ein kleines wenig gelegt lol, alter, wie hat er mich so schnell daumen gekriegt zocke, tot, ah focke, aber noch zwei den Toten gerissen und ja, Sniper Kills mach ich nicht so gerne und ja, gerade, ähm, wollte ich eigentlich, wie schon gesagt, mit My Place aufnehmen, aber hab's irgendwie nicht geschafft, weil er nicht da war und, äh, Serie, ah, fack, hab ich noch ein Leben? ne, hab ich nicht aber ich hab zwölf Kills und mal gucken, ob ich überleben werde sag doch mal so so und ja äh, meine Stimme ist noch ein bisschen oder ein klein wenig im Arsch und sind nur noch vier Spieler Tonka okay, Tonka hat mich überholt und sie hat noch vier Leben alter Vater okay, sie hat gewonnen ähm Tonka gegen Lobutz dun 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 er wird gewinn Lobutz nee, Tonka und ja ja Lobutz war beide gefällt zack und weg und ja, das war eine schöne Runde ho Bubi was macht denn der hier ach das sind hier die besten Leute, die so spielen, Leute merkt euch das das sind die besten Leute, die es spielen kein Kill, einfach hier nur rumstehen und ja und ja läuft bei Tonka auf jeden Fall hier Props an dich dass du gewonnen hast und ja, dann war's das hoffentlich ähm sorry, dass die PvP-Runde so kleinlich geschaffen wurde oder so klein wurde und ja, ich hoffe, wir können dann beide am Freitag oder am Morgen vielleicht aufnehmen und ja, dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal Leute bleibt geilo und ciao